Das hier, das ist Tom. Tom ist ein Student an einer Universität und muss dort eine Seminararbeit schreiben. Das ist ein langer Text, den man nach bestimmten Regeln zusammenstellt. Warum macht man das? Nun, weil man damit lernen kann, wie man wissenschaftlich arbeitet. Das kann später ganz nützlich sein. Damit das nicht zu langweilig wird und weil man später ganz oft mit anderen zusammen in Teams arbeiten muss, darf Tom die Arbeit gemeinsam mit Lisa und Klaus schreiben. Die beiden studieren auch. Beim Thema der Seminararbeit durften die drei mitreden und mitentscheiden. So macht das nämlich mehr Spaß und das gehört auch zum Forschen dazu. Um sich ein bisschen Arbeit zu sparen, sollen Tom, Lisa und Klaus ein Wiki benutzen. Ein Wiki, das ist ein Werkzeug im Internet, mit dem man ganz einfach zusammen an Texten arbeiten kann. Man muss sich damit zum Beispiel keine Dateien hin und her schicken. Und wenn dann mal einer einen Fehler macht, ist das nicht schlimm. Das kann man nämlich ganz einfach korrigieren. Normalerweise kann man in solche Seminararbeiten erst reingucken, wenn sie fertig sind. Das macht es für den Betreuer der Arbeit ganz schwierig zu sehen, wann und wo es größere Probleme gab. Wenn man die früher erkennt, kann man nämlich viel besser helfen. Und das geht mit dem Wiki. Außerdem ist es öffentlich, also kann nicht nur der Betreuer von Anfang an mitlesen, sondern jeder. Das finden ja vielleicht einige Leute spannend. Hier ist zum Beispiel Anna. Anna studiert an einer anderen Universität und beschäftigt sich mit demselben Thema wie Tom, Lisa und Klaus. Sie schaut sich auch das Wiki an und bekommt gute Anregungen für ihr eigenes Studium. Dann stellt Anna fest, dass Tom, Lisa und Klaus an einer Stelle nicht weiterkommen und kann ihnen Tipps geben. Das macht die Arbeit der drei anderen besser. Und das hier? Das ist Herr Müller. Der arbeitet bei einer Firma und beschäftigt sich dort auch mit dem Thema. Er findet bei Tom, Lisa und Klaus, die jetzt auch noch von Anna unterstützt werden, vielleicht genau die Lösung zu einem Problem, an dem er selbst arbeitet. Und Tom, Lisa und Klaus erlaubt er dafür, seine Erfahrungen aus der Praxis gleich mit in ihre Seminararbeit einzubauen. Die kann dadurch noch besser werden. Und am Ende, da haben Tom, Lisa und Klaus ganz viel gelernt. Wie man wissenschaftlich arbeitet, wie es ist, mit anderen zusammenzuarbeiten und wie man Wikis und das Internet benutzen kann, um gemeinsam Wissen zu teilen und zu gewinnen. Ich bin Das, die weit Boa, ich bin das, mit anderenent von Atem.